Willkommen bei So Schmeckt Das! Ich meine, eigentlich so geht das natürlich. Ihr wisst ja, was das für ein Kanal ist. Aber wir haben jetzt was Neues ausprobiert. Wir haben ein paar Leute eingeladen, weil wir wissen wollten, wie schmecken denn eigentlich so Insekten? Und eigentlich ist es ja klar, dass sie ziemlich scheiße schmecken, aber wir wollten mal herausfinden, wie scheiße die schmecken. Und wenn ihr mehr Bock auf solche bescheuerten Futter-Videos habt und natürlich auf andere lustige Videos, dann könnt ihr mal bei Good One vorbeigucken. Und ansonsten ganz viel Spaß jetzt mit diesem außergewöhnlichen Video von so geht das, so schmeckt das. Egal, viel Spaß! Sie können so tun, als würden sie leben. Wie viele bewegen sich! Oh, oh, es ist eklig! Oh, fuck! Guck mal, man kann die voll auseinanderfühlen. Du solltest jetzt nicht anfangen, mit dem Essen zu spielen. Cheers! Cheers! Ah, du Kannibar! Das ist halt wie Chips, finde ich. Es geht voll. Schmecken total nach wenig. Also ich habe gedacht, die sind viel, das ist jetzt viel mehr Geschmack. Das schmeckt einfach nur salzig, ne? Komm, die mal neun! Knackig! Oh, nein! Nicht schlimm, das schmeckt wie eine verbrannte Pistazie. Stell dir vor, du sitzt zu Hause, guckst, du haben es jetzt top gemacht oder eine andere Trash-Show in deiner Wahl und dabei, anstatt Chips. Ey, der hat doch Auge, guck mich an, der hat doch Auge, guck mich an! Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, das sieht viel schlimmer aus, als es schmeckt. Auf jeden Fall, ja, ja. Das Gefühl, ich habe so Beine von diesen Dingern inzwischen, jetzt sehen. Alter, krass, ich habe gedacht, ich muss jetzt echt kotzen, ne? Ich habe gedacht, es schmeckt total scheiße, es schmeckt so, ist okay, ne? Ich habe gedacht, es ist jetzt so, wie bei König der Löwen, wenn der eine Typ da diesen Wurm nimmt, drei Mal so vollkommen so das Rauchzeug ausgespritzt, so. Ich finde das so krass, dass man die halt an die Augen noch sieht, ne? Ja, das ist echt krass. Aber die sind voll süß ausgemacht, ne? Man hat sich das Gesicht so voll süß ausgemacht, ne? Ich bin fast so groß mit meinem kleinen Finger. Guck mal. Naja. Ich habe einen sehr kleinen, großen, kleinen Finger. Sehr kleinen, großen, kleinen Finger. Das springt ja noch rum, so vom Herz lehre. Entschuldigung. Uah! Nimm voll hart, ey. Ey, meine ich nicht. Ich schmecke nach Heu. Man erlebt noch mal schon. Ohne Witz, ne? Das klingt jetzt vielleicht total dumm, aber ich finde, die schmecken schon so leicht so nach Heu oder sowas. Voll. Die schmecken voll, wie Heu riecht. Ich weiß nicht, warum die auch Heuschrecken heißen, weil die schmecken wie Heu. Aber es schmeckt wie Tee. So Grünteeblätter oder so. Wie kann man sowas sagen? Wenn ihr wie ich, wie auf so Dorf und Kühe und Farm und Schweine und Hühner und immer diesen Geruch von Mischung aus Gülle und Heu in der Luft hat, so schmecken die. Ich traue mich, die ja nicht mal anzufassen. Aber wisst ihr warum? Weil die eklig sind. Uah! Das ist wie ein Man in Black, der eine Typ da, der, weißt du, kennst du das? Ja, ja, wo das, oh ja, oh. Wo so ein Kakerlaken rauskommt. Die sehen bis jetzt am harmlossten aus. Irgendwie finde ich das ekliger als gerade die Grashüpfer. Die sind so leicht, ne? So trocken. Also die sind so leicht. Das ist wie 5 Kilo drin. Boah! Riecht mal an der ganzen Schüssel. Schüssel. Schale. Puppteller. Teller. Ihhh! Das riecht nach Kacke oder so. Boah! Die riechen richtig nach Stocklade. Ich muss ja erstmal hier einen aussuchen. Der, den. Ey, sonst bist du auch nicht so bilderisch. Zertrück mal ein, dann gucken wir, was da drin ist. Ey, die macht das! Ne, guck mal, der ist ganz trocken. Ah, easy. Ja. Einfach angesträglich rausgeweißen. Voll gut. Viel besser. Viel besser als die Grashüpfer. Oh, warte. Jetzt kommt gerade so im Abgang. Aber warte mal. Die schmecken jetzt nach Geschmackmilch nach Käse. Ja, so käsig, ne? Hab ich auch gedacht. War auch sehr nussig. Also das stimmt schon. Was die Leute immer sagen, die meinen ja immer, das schmeckt so nussig. Und das ist auch wirklich so. Ich nehme mein Urteil zurück. Boah, das ist wie so billiger Tequila, ne? Der schmeckt im ersten Moment nicht so nachher, das läuft. Und dann so beim Runterschlucken. Keine gute Idee. Krass. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich das jemals esse. Ja, also das war auf jeden Fall nicht so geil, muss ich sagen. Isst du jetzt noch einen? Ja.